Wir sind der Frieden und Auschwitz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amerika führt Krieg. Tausende von Vietnamesen sind im Kampf gegen die Amerikaner für ihr Recht auf Freiheit gestorben. Amerika hat 100 Jahre lang davor Angst gehabt, den Schwarzen das Stimmrecht zu geben. Es hat Angst davor, den Vietnamesen das Stimmrecht zu geben. Amerika bombardiert, verbrennt und foltert. 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 Amerika bombardiert, verbrennt und foltert.